Banda Padma Yoga Mudra ist eine Bezeichnung für die Yoga Mudra Stellung, auch genannt Yoga Mudrasana, auch Bada Padma Yoga Mudrasana genannt. Ausgangstellung ist der Lotussitz, Padmasana und vom Lotussitz ausgehend kreuze die Arme hinter dem Rücken und fasse mit den Händen um die Füße nach Möglichkeit, die vier Finger um die Fußinnenkanten und Daumen zwischen 1. C und 2. C. So hast du die Fersen gut im Bauch drin, greife deine Füße gut, lächle und beuge dich dann langsam nach vorne. Und das nennt sich auch Yoga Mudrasana oder eben Banda Padma Yoga Mudra. Mudrasana drückt aus, es wäre ein Asana, eine Stellung, die du hältst. Du kannst das aber auch einfach als Yoga Mudra machen und dann verbinden, zum Beispiel mit verschiedenen Konzentrationsübungen, Atemübungen oder einfach der Einstellung einer tiefe Hingabe, eines tiefen Loslassens und tiefen Vertrauens. Und das nennt sich auch immer wieder auf die Füße gut im Bauch.